Zufällig habe ich gesehen, dass Sie gesehen haben, dass ich Sie ansehe. Frauen, müssen Sie wissen, sind immer nervös wegen meiner guten Aussehen, aber sie wirken überraschend gelassen. Oh nein, aufhören. Im Ernst. Na, wenn Sie unbedingt wollen. Was machen Sie? Das geht Sie. Sind die echt? Das ist es. Konflikt. Viktor, du hattest recht. Ich war undefiniert. Aufgepasst, Kinder. Ich habe eine Erleuchtung. Kein Held kann im Vakuum existieren. Unsere Geschichte bedarf einer ironischen, unerwarteten Wendung, die unserem Helden einen Konflikt beschert. Ich habe eine Erleuchtung. Mr. Timms. Oh yeah! Correct! Du! Nix zu schustern! Komm! Is okay! So is good! Noch mehr! Gut! Ich beiße nicht! Oh! Ich brauche etwas Hilfe! Alles klar! Ich muss auf die andere Seite! Andere Seite? Du meinst, du wolltest da gerade die Straßenseite wechseln? Deswegen dann, Junge! Warum machst du das? Das ist mein Weg! Er wartet auf mich! Was? Wer? Der Geist will den Bestens, amigo! Der Rechte! Er reist in einer Alabasterkutsche mit goldenen Wächtern, die ihn beschützen sollen! Wovon redest du? Erleuchtung, amigo! Ohne Erleuchtung sind wir nichts! Nichts? Dein wahnhafter Weg hat eben mein Leben ruiniert! Ich hatte ein enorm komplexes soziales Netzwerk! Hochgebildete Freunde! Ich war überall beliebt! Freunde! Ich sehe keine Freunde! Na ja... Du bist eine sehr einsame Echse! Hör zu! Ich brauche Wasser, Feuchtigkeit! Meine Zähne sind aufgesprungen! Ich brauche Lotion! Ich bin schon auf einer Hautschicht runter! Nicht mehr lange! Und ich werde meine Eingeweide sehen! Ungefähr so wie du da! Hör zu! Ich überlebe in der Wüste nicht, okay? Ich gehöre nun mal nicht hierher! Das mag vielleicht so sein! Aber jetzt wirst du hier! Los! Hilf mir auch! Und ich helfe dir bei deiner Suche! Ehrlich? Und mehr noch vielleicht! Beeilung! Ich muss weiter an meinem Weg folgen! Du meinst du machst das schon länger? Oh ja! Schon ewig! Ja! Komm, komm! Gut so! Sieh mal an meinem Finger! Der Geist wartet auf mich! Okay, okay! So geht's schon mal nicht! Ich muss auf die andere Seite! Und wieso wartest du nicht einfach bis keine Autos mehr kommen? Das ist nicht so leise wie es aussieht! Was? Ist eine Metapher! Das ist noch einer! Ich verstehe es! Ich verstehe es! Genau! Uhhhhhhhhhhhhh...